So, die letzten Tage stehen an, dann geht die Deutsche Rampen Convention los. Ihr habt eine Menge Fragen und die möchte ich heute beantworten. Also, was haben wir denn hier? Wann kann ich anreisen? Ihr könnt am Freitag um 16 Uhr kommen. Kann ich Tickets vor Ort kaufen? Ja, das ist möglich. Es wäre aber schon schön alleine für den Einlassfluss, wenn ihr es im Vorfeld tun würdet, weil dann könntet ihr einfach mit dem Ticket praktisch durchlaufen, weil der Bezahlvorgang natürlich dann immer ein bisschen länger dauert. Apropos Bezahlvorgang, wie kann ich vor Ort bezahlen? Hauptsächlich wäre es schön, wenn ihr das wahr tun würdet, weil wir nicht wissen, wie die Internetverbindung da sein wird und ob die EC-Kartengeräte da alle funktionieren. Ist zwar auch möglich, aber wie gesagt, wir können nicht gewährleisten, dass das alles so schnell funktioniert. Ist es als Camper möglich, Strom zu erhalten? Nein, es ist autarkes Camping und wir können Strom nur liefern, wenn es wirklich, wenn Not am Mann ist. Können wir grillen bzw. einen Gaskocher mitbringen? Nein, auf jeden Fall nicht, weil es ist erhöhte Waldbrandgefahr und daher ist das auf jeden Fall verboten. Darf ich meinen Hund mitbringen? Ja, allerdings an der Leine und mit Maulkorb. Wie umfangreich darf meine Campingausstattung sein? Tja, das ist eine gute Frage. Wenn wir den holländischen Weg gehen, sehr umfangreich. Nein, also ihr dürft ein Pavillon haben und Campingstühle etc. Es ist genug Platz da, aber ihr dürft nicht an die Straße, also bis vor an die Straße, euer Reich bauen. Kann ich vor Ort Essen und Trinken erwerben? Ja, es ist möglich. Es gibt hier eine sehr große Foodmeile mit schönsten amerikanischen Köstlichkeiten und Getränken und außerdem wird es eine Bierkutsche geben, einen Ram, der praktisch durch die Gegend fährt und dort Softdrinks und Snacks und Bier verkauft. Aber auch eine Eigenversorgung ist natürlich möglich. Ihr könnt euch Sachen selber mitbringen, allerdings keine Glasflaschen, weil ihr wisst selber auf der Straße, wenn die Leute schnell rumfahren, ist das nicht gerade sonderlich gut. Oder auch wenn die Kinder und Hunde da lang laufen, zerbrochene Scherben oder Flaschen sind da nicht von Vorteil. Darf ich meine Drohne mitbringen? Ja, das darfst du. Du darfst dir deine Drohne mitbringen, allerdings nicht starten, weil logischerweise, wenn jeder da seine Drohne mitbringt, haben wir ein Problem und die Unfallgefahr ist natürlich auch sehr groß, weil man natürlich auch nicht weiß, wie viele Amateure und Profis gibt es da. Daher wird es nur möglich sein für ausgewählte Pressevertreter an der Zahl, als wenn nur zwei, drei Leute sein. Also nein, Drohnenverbot. Wie kann ich mich auf dem Gelände mit meinem Auto bewegen? An sich gar nicht, also man kommt natürlich zu seinem VIP-Parking oder zum Besucherparking oder man kann sich natürlich auch bewegen, wenn man zum Offroad-Gelände, zur Driving Experience fahren möchte. Allerdings sollte man alles sonst per Fuß oder Fahrrad oder E-Roller oder wie auch immer das könnt ihr ja mitbringen, erledigen. Kosten die Driving Experience Pakete Geld? Ja, kosten sie. 10 Euro kostet denn eine Fahrt, ob ihr die im Offroad-Gelände machen wollt oder auf der Speedstrecke, könnt ihr selber entscheiden. Offroad kann man dann selber fahren, also man kriegt ein Auto gestellt. Bei der Speedstrecke wird es so sein, da wird ein Rennfahrer euch durch die Gegend fahren, wenn ihr das wünscht. Es ist aber auch möglich, auf der Pfandstrecke selber zu fahren. Dann kann man mal schauen, wie man funktioniert, wenn es regnet, weil die Straße wird dann bewässert sein. Das ist halt möglich. Wenn ihr Fragen zum Programm habt, das ist jetzt auf der Webseite abrufbar. Also einfach auf dodge-wem-convention.de gehen und dann habt ihr da die Programmhinweise. Da findet ihr auch zum Beispiel diese Map und die könnt ihr euch da auch downloaden, aber die bekommt ihr auch noch mal am Eingang, wenn ihr euch anmeldet für die dodge-wem-convention. Wir sehen uns. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Dann können wir vielleicht noch ein neues Video machen. Ja, und sonst freue ich mich auf unser Wiedersehen oder unser Sehen, besser gesagt. Also bis dahin. .